Freunde, was geht ab? Heute Regionalliga Derby VfR Ahlen gegen Stuttgarter Kickers. Ich war ja schon im Hinspiel dabei, war eine gute Partie, leider nur 0-0, keine Tore gesehen. Ich hoffe, heute sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Bin ich mal gespannt, Freunde. In Ahlen bin ich jetzt das zweite Mal. Beim ersten Mal war ich hier Ulm gegen Unterhaching und jetzt beim zweiten Mal nehmen wir mal das Heimteam Ahlen selbst in der Zentus Arena. Schauen wir mal, Freunde. Ich bin einfach mal gespannt aufs Derby. Ahlen gegen Kickers. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Stadion-Vlog. Let's go. Freunde, ich bin angekommen in Ahlen. Ja, hinter mir werden gerade die Kickers-Ultras rüber zu ihrem Platz gebracht von der Polizei. Sieht man da auch. Ja, ich würde sagen, drehen wir uns mal um und schauen wir uns das Ganze mal an, oder? Auf geht's. Ja, Freunde, ich bin nicht ganz so nah rangegangen. Habe auch jetzt nicht so viel gefilmt, weil als ich schon im Auto war, haben mich schon ein paar Kickers-Fans erkannt. Ja, ihr wisst ja, Kickers und VfB. Ich habe zwar jetzt nichts gegen den Verein, aber gegen die Fans allgemein so. Ich bin ja hier heute als neutraler Fan, aber trotzdem. Man weiß halt nie, wer wie denkt. Deswegen. Ich würde sagen, auf geht's. Zentus Arena. Geh mal rein, oder? Auf geht's. Freunde, schaut es euch an. Zentus Arena. Mein Blog ist da vorne irgendwo. K-Blog. Da werden die Stuttgart-Fans sein. Das ist, glaube ich, die Haupttribüne. Und neben mir sind die Ahlen-Ultras. Die kann ich aber vorne da, vorne dann filmen, wenn man die Gesichter nicht sieht. Hier sehen wir unser Stadion-Blättchen vom VfB. Ahlen. Hier sieht man nochmal gegen Kickers. Nächstes Spiel. Balingen gegen Ahlen. Hier am 23. Warum nicht? Wer unterstützen will, ihr wisst wahrscheinlich, Freunde. Natürlich Applaus. Die Ahlen-Spieler sind draußen. Wir haben unsere Mannschaft aus dem Spielfeld zum Warnwachen. Hier beim Arzt, die Luppe in der ganzen Leute. Von drüben kommen die Kickers-Spieler raus. Die Fans von Kickers, die haben heute richtig Bock. Das merkt man. Freunde, kommen wir kurz mal zu Ahlen. Also Ahlen aktuell auf Platz 14. Ja, die Saison sieht jetzt so prickelnd aus, muss man sagen. Bei Kickers. Kickers, also 2021, Platz 2, Oberliga. 2022, Platz 23, Platz 1, Oberliga. Und direkter Aufstieg. Ja, aktuell Platz 1, Regionalliga Südwest. Und es sieht wirklich so aus, dass sie direkt aussteigen werden in die dritte Liga. Das ist der Wahnsinn. Also Kickers, das wäre Kickers dritte Liga. Ich bin einfach mal gespannt, ob sie es reißen werden. Hoffenheim verfolgt die ja. Also Hoffenheim 2, die U23. Wir haben ja sieben Punkte, glaube ich, Unterschied zur Kickers. Es kann was werden. Ich bin einfach mal gespannt, was heute auch passiert. Ahlen oder Kickers. 20 Minuten noch, Freunde. Auf geht's. Hier die Ahlen-Fans. Und drüben die Kickers-Fans. Schade, dass hier die Blöcke leer sind, beziehungsweise gesperrt sind. Aber beide Seiten machen gerade gute Stimmung, muss man sagen. Hier ist komplett ausverkauft. Aber die Leute müssen dann auch auf ihren Platz kommen. Die Scharzen wurden ausgepackt. Von den VfH-Fans. Kann man auf jeden Fall machen. So, jetzt reden die Kickers-Fans auch durch. Boah, ich feier das brutal. Das beide Seiten hier abliefern. Hammergeil. Und die Spieler kommen raus. Und ich sage euch nur so viel. Auf beiden Seiten geht die Vorschaum. Einmal hier. Und einmal bei Kickers. Das ist der Wahnsinn. Unglaublich. Volle Unterstützung von den Ahlen-Fans an das Team. Man sieht auch jetzt hier alles voll. Vorne alles voll. Hier ist gesperrt. Kickers-Fans. Und bei mir hier, der Block ist ein bisschen leer. Aber drüben, hier ist alles komplett ausverkauft. Hammergeil. Also Freunde, ich würde sagen, viel Glück an beide Teams. Ich will einfach nur ein geiles Fußballspiel sehen. Ehrlich. Und geile Fans vor allem. Let's go, Freunde. Freunde, ich muss schon sagen, ich bin echt angefixt von der Stimmung des beiden Fanlagers. Die machen das echt stark. Habe ich jetzt nicht erwartet. Hammergeil. Abstoß für Ahlen. Oh, eine Eckball für Schuttgarter Kickers. Oh, eine Eckball für Schuttgarter Kickers. Na, das war nichts. Aber weiter geht der Angriff. Oh, okay. Starker Koffer, starke Parade. Das ist ja der Wahnsinn, ey. In der Regionalliga. Unglaublich. Eieiei, hammergeil. Also Freunde, man kann ja sagen, was man mögt. Aber ich habe mit so einer Stimmung hier überhaupt nicht gerechnet. Vielen Dank an den, der mir das in die Kommentare geschrieben hat. Und zwar ich überhaupt nicht auf dieses Spiel gekommen. Ey, geil, geil. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Warum denn? Sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Muss man schon sagen. Ahlen greift an. Oh. Applaus von den allen Autents. Die Kickers werden Testwellchen auch komplett zwiebeln im Outshirts-Block. Ah, richtig gut, richtig gut. Gefällt mir richtig. Eckball für Kickers. Also der Kapitän vom Kick aus schlägt die Bälle irgendwie immer viel zu kurz. Ich glaube, gefühlt ist gar kein Eckball angekommen. Schade eigentlich. Ein bisschen mehr in die Mitte, ein bisschen, ja, längere Bälle. Eckball, Ahlen. Und der nächste Eckball. Kommt die Flanke. Boah, die kommt sogar gut. Ai, 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 ai. Schaut euch die Augenfenster an. Der war so, ey. Ey, wird das so geil, ehrlich. Glanzparade vom Vorhüter. Eckball, Kickers. Freunde, für mich ist der Kleine da unten Fan des Tages. Ultras. Ultras machen hier Schal. Er macht auch mit. Hier, die tun die Fahnen schwingen. Er macht auch mit. Au, Mann, ich find sowas so süß, ey. Alles richtig gemacht. Freunde, die erste Halbzeit. 0-0. 0-0, es ist doch alles drin. Also, Freunde, die erste Halbzeit, 0-0. Ja, alles ist in Ordnung. Ich hoffe nur, dass es, ähm, ja, nicht beim 0-0 bleibt, weil im Endeffekt so beim ersten Spiel, im Hinspiel, war es ja auch ein 0-0. Das zweite Spiel, was ich von Kickers besucht habe, war auch ein 0-0. Und, ja, deswegen wäre ein bisschen langweilig so. Jedes Spiel vom Kickers 0-0. Ich hoffe, in der zweiten Halbzeit geht die Posch ab, Freunde. Ich bin so positiv überrascht von den Fans. Und, ja, ich würde sagen, viel Spaß mit der zweiten Halbzeit. Und, ja, ich habe echt die Befürchtung, dass dieses Spiel einfach ein 0-0 wird. Ei, 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 das wäre dann das dritte Spiel, naja, was ich schaue von Kickers, was einfach 0-0 rausgehen wird. Nein, das wäre so schade, ey. Also, dieses Spiel hat viel, viel mehr Potenzial. 41 Zuschauer. Das sieht eigentlich viel mehr aus, ehrlich. 3.800. Also, jetzt schon wieder zu. Vielen Dank, Feuer kommen. Bis zum nächsten Mal. Ja, keine Ahnung, das sieht auf jeden Fall viel mehr aus. Okay, 3-8, Wahnsinn. 3-4, Wahnsinn. 1-1! 1-1! 1-1! 2-1! 3-4, Wall дней! 3-6, Wallulation! 1-1! 4-1! 1-1! 1-2! 2-1! 10 Minuten unglaublich. Da kommt der Bruder von Sascha Kalajcic, Daniel Kalajcic. Eckball für Arlen. Ich bin Spieler von Arlen. Ich weiß aber gar nicht, wer das jetzt war. Ja, Pech. Das sieht aus, weil das ist ja die neunzige Minute. Wahrscheinlich gibt es da irgendwie zwei, drei Minuten nachzuzeigen. Nein, das ist das Ding auch schon gegessen. Eine vier Minuten nachzuzeigen. Das hätte so der Last Minister verwärmen können. Freunde, der Schiri fand die Partie ab. 0-0, ey, das gibt es nicht. Ehrlich. Und einfach schon wieder 0-0, ey. Das kann es nicht sein. Naja, ich nehm mich gleich, wenn ich hier mal komplett raus bin. Und hier noch neben dem Stadion, geh mal hier komplett weg. Und dann machen wir das Outro. Freunde, ich habe hier ein bisschen Licht gefunden. Ich dachte mir, komm, ich mache hier einfach mal das Outro. Ähm, ja, wieder 0-0. Ich glaube es einfach nicht. Also, egal zu welchem Spiel ich von Kickers gehe. 0-0. Es passieren einfach keine Tore. Schade, schade, schade. Ja, was soll ich sagen. Ist halt so. Aber, ich muss sagen, Fans von beiden Seiten. Es war krass. Also, ich höre die immer noch. Ich bin hier, also keine Ahnung, irgendwie Forschungszentrum oder was auch sein soll. Und ich höre die einfach immer noch. Das ist der Wahnsinn, was die heute abgeliefert haben. Arlen und Kickers. Also, die Fans sind... Ihr könnt wirklich stolz auf eure Fans sein. Es ist geistkrank, was sie da machen. Und ja, Freunde, das war es auch schon mit dem Video. Lasst gerne ein Abo, Like, das Video teilt, kommentiert. Und wir sehen uns morgen. VfB Stuttgart bzw. TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart. Ich bin einfach mal gespannt, Freunde. Macht's gut. Ciao.